Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu was ganz Besonderem, denn es geht heute um Radical Red im Insane Mode nur mit Käfer-Pokémon. Und was das bedeutet, will ich jetzt mal kurz erklären, weil das Ganze hier ist ein großes Mammutprojekt, was seit Wochen läuft und ich kann es nun endlich so ein bisschen präsentieren. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange das Video gehen wird, weil man das logischerweise nicht mal eben kurz abhandeln kann. Es gibt unglaublich viel zu erklären und das ganze Projekt hier ist mega komplex. Radical Red ist vermutlich der beste Pokémon Hack, der jemals existiert hat und das Ganze ist unglaublich umfangreich. Es ist quasi der perfekte Hürdenmodus für Pokémon Feuer Rot mit allem Content, den man sich vorstellen könnte. Das bedeutet, es gibt alle Pokémon der ersten 8 Generationen plus die DLCs von Schwert und Schild, es gibt Megas, Z-Attacken, Dynamax, Raids und und und. Die beste Pokémon KI, die Pokémon jemals gesehen hat, 20 mal besser als die von Game Freak und viele, viele weitere Dinge als kleine Überraschungen. Wie auch beispielsweise der größten Schwierigkeitsgrad, den man jemals hatte bei einem Hack, der halt wirklich auch gut war. Das Ding ist, das Ganze hier ist nicht einfach. Praktisch jeder Bossgegner hat 6 Pokémon, perfekte EVs und DVs auf seinen Mons, Competitive Movesets und dann noch diese krasse KI obendrauf. Ja und natürlich auch Competitive Items etc. Und ja, da reden wir nur vom normalen Mode. Wir spielen den Insane Mode. Also quasi der Hürdenmodus vom Hürdenmodus von Feuer Rot. Und im Insane Mode ist alles möglich. Für den Spieler sind unglaublich viele Sachen verboten, wie beispielsweise Entry Hazards, Wetterattacken, Boost Moves und und und. Also da ist man sehr sehr heftig eingeschränkt. Die KI allerdings hat alles. Ich rede von Legendären Pokémon, von Ultrabestien, von Mythicals, von Megas, von Giga-Dynamax-Pokémon und 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 und. Und selbstverständlich rede ich auch von Summons, Omega-Requaza, Ultra-Nekrosma oder ohne Dynamax in Dynalos. Im verdammten Insane Mode ist alles vorstellbar, was man dem Spieler als Hürde in den Weg werfen kann. Und wir spielen das Ganze heute durch, nur mit Käfer-Pokémon. Und das bringt natürlich Schwierigkeiten. Käfer-Pokémon sind sehr anfällig. Man hat natürlich eine ganze Menge Schwächen und ganz wichtig, die Gesteinsschwäche gegen beispielsweise die Tarnsteine, die in extrem vielen Kämpfen immer wieder da liegen werden, um mich komplett zu behindern. Das ist eine der größten Probleme im Run und das wird uns ständig begleiten, weil man vor allem die Tarnsteins-Setup'er so sehr schwer daran hindern kann, die immer wieder rauszulegen in extrem vielen Bosskämpfen. Und das ist nur eines der vielen Probleme. Natürlich sind auch Käfer-Pokémon nicht gerade die besten und viele davon gehören zu den schlechtesten Pokémon aus dem gesamten Pokédex. Ein paar wenige wurden auch minimal gebufft, aber jetzt auch nicht allzu sehr leider. Und natürlich kommen wir jetzt auch noch zu einigen Bonus-Restriktionen, die ich mir gesetzt habe, um das Ganze noch heftiger zu machen. Ich darf keine Mega-Pokémon verwenden, keine Z-Attacken, keine Dynamax-Pokémon, keine Legendären-Pokémon, keine Mythicals, keine Ultra-Bestien. Praktisch nichts, was irgendwie broken oder übermächtig wirkt, darf ich in diesem Run hier verwenden, auch wenn der Käfer-Monotype das eventuell zulassen mag. Ich werde mich davon distanzieren. Und Items und so weiter in Kämpfen sind natürlich auch nicht erlaubt. Das geht auch im Radical Red Insane Mode überhaupt nicht. Also Items sind in Kämpfen sowieso verboten. Und es gibt hier eine Level-Cap, die dazu führt, dass ich nie überleveln kann. An jedem verdammten Bosskampf kann der Run hier unwiederbringlich scheitern und dann ist es einfach vorbei. Und ich werde mich trotzdem so weit durchquälen, wie ich irgendwie kann. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run. Ich weiß, es war ein langes Intro, aber es gab halt wirklich eine ganze Menge zu erklären und das Ganze wird ein wirkliches Mega-Projekt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video letztendlich sein wird. Bereits das erste Erklärvideo zum Insane Mode ging ja schon fast anderthalb Stunden und das war ein Casual Run von dem Spiel. Aber hey, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen, damit es nicht komplett von der Videolänge eskaliert. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit diesem unglaublich krassen Run. Und wir starten natürlich auch heute mal wieder mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden, hier einen Bisasam zu wählen, damit man Rivale Glumanda bekommt, was später zu Glurak werden wird und das ist halt für Käfer eine sehr große Bedrohung. Und ich will mir ja diese Runs hier so schwer machen wie möglich, deswegen dachte ich mir, wäre das die coolste Wahl für das Video. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Seren genannt nach einem Zuschauer und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Wir werden aber Sam heute nicht lange spielen dürfen, weil Bisasam ist natürlich kein Käfer. Und deswegen zählt auch der erste Kampf gegen den Rivalen in der Labor nicht, weil er natürlich nicht regelkonform ist. Man kann ja einfach noch keine Käfer besitzen. Der Run hier konnte aber nach kurzer Zeit beginnen, nach dem Erhalt der Pokébälle und ja, dem Zugang zum Vertania-Wald beziehungsweise der Route über Vertania City. Denn dort kann man jetzt extrem viele Käfer-Pokémon fangen. Und das ist der Grund, warum ich diesen Run hier überhaupt probieren konnte. Man bekommt nicht alle Typen endlos viel im Early Game von Radical Red. Man kann verschiedene Monotypes probieren, aber gerade Käfer bietet sich extrem an. Denn im Vertania-Wald sind extrem viele Käfer zur Verfügung. Ihr seht hier beispielsweise einen Catch-Versuch, aber ich würde sagen, ich mache hier auch mal einen Überblick über die Käfer, die man bereits im Early Game hat. Weil das ist wirklich nicht wenig. Das Ding ist, ich würde sogar sagen, dass der Käfer-Monotype im Early Game ziemlich solide ist, weil man halt eine dermaßen gute Auswahl hat und weil sich einige Käfer relativ früh entwickeln. Das wird sich aber sehr, sehr schnell relativieren. Käfer-Pokémon fangen sehr gut an, lassen aber unglaublich schnell nach und sind hinten raus. Ein grausamer Monotype. Aber gut, dazu kommen wir später noch. Ich wollte nur mal kurz verlauten lassen, dass das Early Game noch halbwegs gut für uns läuft und dass ich hier zumindest eine gute Auswahl hatte, was das Team-Building angeht. Aber wie wählt man denn jetzt aus, welche Pokémon man spielt im Early Game? Was für Pokémon habe ich verwendet beispielsweise für den Rivalen Wings von Vertania City, den ich jetzt natürlich gemacht habe? Der 3-Pokémon ist aber auch schon high-competitive aufgestellt und er hat extrem gute Movesets und verschiedene Typen am Start und überleveln ist natürlich nicht möglich, weil die Gegner einfach so mitskalieren. Da dieser Kampf hier noch nicht so komplex ist und ich nicht so detailliert darauf eingehen muss, weil ihn jeder eigentlich hinbekommen sollte, kann ich hier ein bisschen erklären, wie ich solche Teams im Early Game immer aufbaue. Es ist wichtig, zunächst mal Pokémon zu spielen, die am besten nur eine Weiterentwicklung oder gar keine Weiterentwicklung haben, weil die potenziell bereits bessere Basiswerte besitzen, wie zwei Stufenentwicklungen. Und was auch extrem entscheidend sein kann, sind einfach Dual-Types. Wenn ihr einen Monotype spielen solltet, zum Beispiel Käfer, es ist sehr, sehr wichtig, einen Käfer-Eis-Pokémon zu besitzen oder ein Käfer-Elektro-Pokémon oder ein Käfer-Wasser. Ihr wollt einfach, wenn es irgendwie geht, die größtmöglichste Varianz haben, die halt vorstellbar ist. Und das Beste ist gleichzeitig auch noch, auch wenn man die Schwächen von Käfer damit irgendwie ausbügelt. Zum Beispiel die Feuerschwäche kann man ausbügeln, indem man einfach Geweiher mitnimmt, was sie beispielsweise Glomander sehr effektiv angreifen konnte. Und Moves, die Gegner beispielsweise paralysieren können, die können ja auch sehr mächtig sein. Ihr seht aber schon, der Rivale ist hier nicht übel aufgestellt. Der hat zwar nur drei Pokémon, aber der hat unglaublich gute Coverage, stellenweise Setup-Moves in diesem ersten relevanten Fight. Und ja, tatsächlich, wie gesagt, auch sein Glomander schon mit Feuerattacken. Es ist nicht so einfach alles und das hier ist nur das Tutorial, basically. Es wird später noch wesentlich mehr eskalieren. Was aber kein Problem war, war hier sein Phlegmon, weil das konnte ich sehr effektiv angreifen. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum ersten Custom-Boss-Battle, und zwar gegen Briggs im Vertania-Wald. Der Hauptcharakter aus Pokémon zum Rakt, der hier eingebaut wurde, um weitere Rivalenkämpfe zu ermöglichen. Und der beginnt hier beispielsweise mit einem Medity und Fake-Out und dann hat er beispielsweise einfach mal Gesteinsattacken, um ein Vatremi komplett zu zerstören, was eigentlich nur sehr effektiv angreifen wollte. Ich habe aber gute Nachrichten. Ihr seht schon, ich habe Poodocks und ich habe auch Papinella und halt auch Zierpeise. Ich habe es ja gerade schon mal angeschnitten, Käfer-Pokémon können sich stellenweise extrem früh entwickeln. Die Pokémon, die hier bereits stellenweise voll entwickelt sind, sind für die Early Games ihre eigentlichen Generationen vorgesehen. Pokémon, die man quasi zu Beginn spielt und dann wegschmeißt, wenn man Besseres findet. Und das werden wir hier leider heute nicht machen dürfen, also wir müssen dann auch später mit denen noch weitermachen, aber für den Moment haben wir dadurch natürlich einen großen Stärke-Boost gewonnen und Riggs ist hier überhaupt gar kein Problem. Poodocks und Papinella sind hier im Early Game komplette Monster mit sehr starken Basiswerten, die einfach spielstärker sind, als Medity, Krebschor, Gag Aber oder auch Kamaub. Das heißt aber dennoch nicht, dass dieser Kampf hier sofort gewonnen ist. Sein Gag Aber beispielsweise kann schon wieder Power-Up-Punch. Die Attacke ist dermaßen gut, dass sie sogar im Hardcore-Mode, also im Insane-Mode, für den Spieler verboten ist. Ich werde die niemals einsetzen dürfen. Und damit kann Gag Aber hier sehr bedrohlich werden, ich muss also trotzdem sehr vorsichtig sein. Und ja, auch das Ding hat eine Gesteinsattacke. Es ist sehr schwer mit Käfern Gesteinsmove abzuwehren, aber es werden die Leute noch zu Genüge sehen. Und er hat auch noch einen Kamaub, was Feuerboden ist und ebenfalls Gesteinsattacken hat, also der ist schon gut aufgestellt. Ja, aber gegen Kamaub hatte ich natürlich Geweiher und ich konnte den Kampf gegen Briggs hier im First Try abschließen. Spoiler, wir werden heute nicht viele First Trys sehen, wir sollten sowas hier also ziemlich genießen. Wenn ich also bei sehr vielen Bosskämpfen hier nur einen Try einblende, dann denkt euch einfach mal die ganzen Niederlagen mit dazu, natürlich gab es extrem viele davon. Bevor ich jetzt aber nach Meteoros City aufbrechen konnte, zu den nächsten Bosskämpfen, muss ich noch so ein bisschen über die Routenbosse reden, die auch relevant sind für den Run in gewisser Weise. Ihr müsst wissen, es gibt praktisch bei jeder Route, jeder Höhle, jedem Gebäude, was man erforscht am Ende, einen kleinen Bossgegner. Das sind theoretisch nur Random Trainer, die sind aber praktisch aufgestellt wie Bosse. Die haben stellenweise volle Teams, Competitive Movesets und einfach sehr, sehr gut durchdachte Strategien auch stellenweise. Das können sogar manchmal Doppelkämpfe sein oder sonstige besondere Faktoren. Ich werde aber auf diese Gegner hier nicht im Detail in diesem Video eingehen. Erstens, weil das Video dann viel zu lange wäre und zweitens, weil die normalerweise natürlich leichter sind als die Hauptbosse. Nicht viel leichter, aber ein bisschen leichter. Und deswegen liegt der Schwerpunkt einfach bei diesem Run hier nicht auf diesen Gegnern. Es sind kleine Difficulty Spikes, an denen man ein bisschen hängen kann, aber auch mit Käfern bin ich normalerweise an denen relativ gut vorbeigekommen. Man muss aber durchaus hier manchmal sein Team-Mon bauen für Trainer, die man im Originalspiel einfach so stormen würde, mit einem einzelnen Mon ohne nachzudenken. Es gibt hier Trainer, die können einen hart überraschen und auch stellenweise mal ein bisschen aufhalten. Und ich finde es cool, dass es die Trainer gibt. Die machen einige Routen doch mal sehr viel spannender. Die werten aber auch so ein bisschen die schwachen Trainer ab, die halt keine Upgrades bekommen haben. Und das sind dann komplette Loser. Das ist so ein kleines Problem von Radical Red, aber wenn jeder Trainer so wäre, wäre es natürlich auch ziemlich anstrengend. Wir sehen es beispielsweise bei den Kaizu-Spielen. Die werden dann sehr langwierig und nervig. Und ich bin ganz froh, dass Radical Red das nicht so macht. Aber wie gesagt, diese Routenbosse hier existieren und die können auch ziemlich viel Spaß machen. Wenn ihr also Radical Red mal spielen solltet, dann gebt auch denen mal eine Chance. Ihr müsst es sowieso machen, weil sonst kommt ihr nicht weiter. Und dieser Käfersammler hier, der war schon wirklich nicht übel. Ich habe ihn zwar ganz gut besiegen können, aber für einen Random Trainer ist er schon durchaus ernst zu nehmen. Was ich jetzt aber auch noch machen musste vor der ersten Arena, ist der Kampf gegen Falk aus Johto, der dortige Flug-Arena-Leiter. Der kann mich sehr effektiv angreifen mit praktisch all seinen Pokémon und er hat 5 Mons am Start, obwohl das eigentlich ein Early-Game-Boss-Kampf ist. Der ist komplett unfair gegen mich und ich dachte mir, dass der Run eventuell hier bereits scheitern könnte. Ich hatte Angst vor dem Fight, bevor ich den Run begonnen hatte, weil ich habe ja noch nicht so viele Möglichkeiten. Und wenn ich keinen Out finde, habe ich hier einfach verloren. Ich habe aber gute Nachrichten. Der Kampf hier war die größte Überraschung des gesamten Runs. Wenn man hier mit Serpizer ankommt und einer Gesteinsattacke, die das Pokémon bereits haben kann, dann wird man Falk komplett zerstören. Er kann überhaupt nichts tun. Sein erstes Mon wird outspeedet und gebonshottet, Emolga ist Two-Shot und nach dem Inner-Drop kann es mich nicht mehr mehr outspeeden. Naja, Sanyanma trägt eine Anti-Gesteinsbeere, ist aber trotzdem One-Shot, Geromivatz kann auch nichts tun und dann hat er nur noch Galar-Porenta. Und ja, das Ding kann was tun gegen Zipaise und sich ein bisschen gegenhealen, wenn das das möchte, etc. Aber natürlich hat man dann auch 5 weitere Pokémon, um auf Porenta einzuprügeln und alleine kann mich das Ding nicht besiegen. Ich habe es sogar komplett outstallen können mit WhatsApp, das hat funktioniert und auch wenn der Kampf gegen Porenta dann länger gedauert hat, als das gesamte restliche Team, habe ich hier im First-Try gewinnen können. Aber so einen Bosskampf hier habe ich im gesamten restlichen Run nie wieder erlebt. Zipaise ist einfach das ultimative Out gegen den Kampf gegen Falk. Sowas kann man stellenweise finden, auch in Hexen Radical Red und auch im Insane Mode, wenn man Glück hat und eine ganze Menge rumprobiert. Und bei solchen speziellen Runs hier kann sowas ans Tageslicht kommen. Wenn ihr also mal im Early-Game von diesem Spiel hier Probleme haben solltet gegen Falk, dann holt euch Zipaise und stormt ihn komplett weg. Das ist der Easy-Mode in diesem Fall und er konnte gar nichts gegen mich machen. Und die Überraschung, dass Zipaise wird noch einige Male gut sein, also unterschätzt das Pokémon mal nicht. Das hat halt schon ein bisschen was drauf, vor allem im Early-Game und es hat sogar die Fähigkeit Techniker, die schwache Attacken stärker machen kann. Deswegen macht es hier so absurden Damage. Und bevor ich jetzt gegen Rocco antrete, will ich noch eine Sache vorher erklären. Man kann im Vertania-Wald bei einem NPC gegen Sienelbeeren tatsächlich die Attacke Bugbite auf seinen Käfern erlernen. Und das kann stellenweise extrem nützlich sein, wenn sie das nicht von selbst bekommen. Denn vor allem gegen Rocco brauche ich jeden Buff, den ich irgendwie kriegen kann. Rocco ist ein Bodengesteins-Areneleiter mit guter Coverage gegen mich. Er legt sogar First-Turn-Tarnsteine raus und kämpft im permanenten Sandsturm. Wir reden von einer komplett anderen Art von Kampf. Das Ganze ist ein reiner Struggle nur mit Käfern und ich muss da jetzt trotzdem irgendwie durch. Er fängt hier an mit einem Hippopotas, was sofort Sandsturm macht und daran kann man es nicht hindern. Und an den Tarnsteinen kann man es auch nicht hindern. Später wird das möglich sein, einen Run durchflinchen lassen beispielsweise, die Tarnsteine manchmal zu umgehen, aber hier muss man leider einfach damit leben. Wenn ich also jetzt einen Käfer einwechsel, würde er sofort 25% Schaden nehmen. Und im Falle von Käfer-Flug-Pokémon beispielsweise reden wir schon von 50%. Danach kam dann aber Flapterix und das ist halt ein perfektes Out gegen Käfer und da musste ich Stradickel sofort opfern und rübergehen in Zierpeise und Flapterix zu outspeeden mit Rocktomb, wie ich es halt eben bei Falk gemacht habe. Es hat auch hier wieder Wunder gewirkt. Das größte Monster bei diesem Fight hier ist aber Lunastein. Ich konnte das Ding besiegen über ein Speed-Tie mit Zierpeise zu 50% mit Rocktomb, in dem ich seine Init gesenkt habe, um es dann zu finishen mit Ariados und Bugbite, mit Range und dem Item Silver Powder, mit dem man Käferattacken stärker machen kann. Und das Item kann man stellenweise finden, wenn man sich ganz viele Käfer einfängt, weil die tragen das manchmal. Und mit dem Item war Lunastein dann stellenweise Rangekill und ich konnte dieses Monster manchmal ganz unkonstant finishen. Und dann ging es weiter mit Sandan, wo ich halt Ariados dann geopfert habe und das Ding konnte ich dann rausgären über Geweiher, weil es Angst hatte vor Wasserattacken. Und ich wusste dann, okay, der geht als nächstes in Liliab und das kann ich predikten und ich kann angreifen über Bugbite. Und dann kann ich hier Liliab noch ein bisschen Schaden machen, ich werde es aber nicht killen können und das Ding kann sich auch gegenheilen. Aber dann kann ich Liliab wallen über Poodogs. Das Ding ist, Poodogs hat eine Fähigkeit, die dazu führen kann, dass es keinen Tarnsteinschaden nimmt. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Das Ganze nennt sich Dust Shield. Und deswegen komme ich hier ohne Schaden rein und kann tatsächlich gegen Roosten, gegen Liliab gesund bleiben und diesen Fight hier für mich entscheiden. Es wird unglaublich lange dauern, Liliab hier zu besiegen und ich werde vermutlich hier einige Runden rausschneiden müssen. Generell kann ich jetzt schon mal dazu sagen, es gibt Kämpfe bei dem Run hier, die mehrere hundert Runden lang gingen. Ich musste manchmal AP ausstolen, ich musste endlos lang rumstolen, ich musste panische, komplexe Strategien anwenden, um irgendwie weiterzukommen. Da kann ich nicht immer alles auf einer humanen Geschwindigkeit zeigen, manchmal muss ich Runden rauskarten. Ich bitte darum Verständnis, das ist hier eventuell auch schon der Fall. Und ja, Sandan konnte ich dann auch noch relativ gut ausstolen über Poodogs. Poodogs hat hier wirklich sehr gute Arbeit verrichtet. Ich weiß nicht, was ich ohne das gemacht hätte, weil es Liliab zu brechen ist extrem hart. Das Ding ist unglaublich defensiv und mit Käfern praktisch nicht offensiv zu besiegen. Nicht mit den wenigen Optionen, die man hier im Early Game hat. Sehr effektiv das Ding anzugreifen beispielsweise, ist hier gar nicht mal so einfach, beziehungsweise es bringt nicht allzu viel. Ich habe aber jetzt sogar gute Nachrichten. Das Ende von dem Fight hier ist ziemlich simpel. Wenn man es hier schaffen sollte, Liliab auszustolen mit Poodogs und dann auch irgendwie Sandan zu besiegen, dann kommt irgendwann Tostkar rein. Und das Ding ist Pflanze und Licht. Dass das gegen Käfer jetzt nicht das beste Matchup hat, muss ich glaube ich keinem erklären und Whatsapp konnte dann den Orden hier holen. Das Ganze war das Ergebnis von endlos vielen Versuchen. Es hat aber irgendwann geklappt und der Run hier konnte so richtig beginnen. Ich hatte zumindest schon mal einen Orden in der Tasche und den kann mir niemand mehr wegnehmen. Bevor ich jetzt aber einfach so nach Azuria City gehen konnte, um weiter zu spielen, gab es doch ein paar weitere kleine Mini-Bosse, beispielsweise wieder einen Boss-Routentrainer und dann auch den Fossilien-Maniac, der hier ein Doppelkampf-Trainer ist, der einen kleinen Bosskampf nochmal im Mondberg darstellt. Die sind aber beide für das Video hier nicht mega zentral und ich habe die halbwegs gut besiegen können. Natürlich war das kein First-Try, es war aber in Ordnung. Was aber nochmal etwas heftiger ist, beziehungsweise etwas wichtiger für das Video, ist der Vorstand am Ende von Mondberg. Und ich kann euch jetzt an diesem Fight hier noch einige Dinge erklären, die ziemlich wichtig waren für diesen Run. Und vor allem auch einige Pokémon, die vermutlich die meisten von euch sehr unterschätzen werden und nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Die sind aber wichtig für das Projekt. Beispielsweise Burmadame. Das Pokémon ist eigentlich kompletter Schrott, denkt man zunächst mal. Es hat aber drei verschiedene Formen. Und der Stahlumhang mit Käferstahl hat nur eine Schwäche. Das Ding ist Gold wert und kann viele Matchups einfach so wallen und auch beispielsweise eine Explosion resistieren, kann auch mal wichtig sein. Und das Sandumhang Burmadame ist das einzige Pokémon mit Elektroimmunität, was ich im gesamten Run finden werde. Die werde ich beide einige Male nutzen. Ich darf sie aber natürlich nie gleichzeitig verwenden, denn es herrscht natürlich die Spezius Claws. Nur ein Burmadame gleichzeitig im Team ist mir hier erlaubt. Und was hier natürlich auch mal wieder ziemlich gut war, ist halt einfach Zierpeise. Das Ding war im Early Game schlicht und ergreifend ein Monster, vor allem wegen der Fähigkeit Techniker und es hat auch hier mal wieder gut Kills hinbekommen. Und das Ganze wird auch verstärkt von dem Item Citrobeere, was ich mittlerweile haben konnte, um hier einige KP wieder aufzufüllen. Das Item kann man nämlich endlos farmen, über Raids, die jetzt zugänglich sind und deswegen kann ich Citrobeeren endlos besitzen. Und die verbrauchen sich sogar bei Trainerkämpfen überhaupt nicht, also die respawnen nach dem Fight und deswegen reichen sechs Bären. Mehr muss man gar nicht zusammenfarmen. Ja, und die Hypnose von Vipitas ist hier nicht so wichtig, weil Schlaf wurde bei Radical Red genervt, also sollte man normalerweise recht schnell wieder aufwachen. Und dann habe ich doch im Verlauf dieses Fights hier ein weiteres cooles Pokémon verwendet, und zwar Ninjask. Ich darf Ninjatom niemals spielen, das Ding ist verboten, das kann man bei Radical Red in Zane gar nicht fangen als Spieler. Aber Ninjask ist auch ziemlich gut. Es ist dermaßen schnell, dass man fast jedes Pokémon im Spiel outspeeden kann. Und das ist eine Sache, die bei Radical Red bei weitem nicht selbstverständlich ist. Natürlich kann ich nicht immer alles outspeeden, beispielsweise kann der Gegner einen Scarf haben oder so. Aber normalerweise ist das Ding sehr verlässlich. Und ich kann deswegen mit Ninjask hier stellenweise angreifen, als hätte es Prio. Ich muss auf Innit gar keine Rücksicht nehmen. Und das letzte Pokémon hier von dem Bossgegner war dann ein Magnein, was ich natürlich über Käferattacken sehr effektiv angreifen konnte. Es ist halt schon immer nochmal angenehmer, wenn ich meinen Käferstep auch mal wirklich aktiv verwenden kann. Weil offensiv ist leider einfach Käfer nicht unbedingt der beste Typ der Welt. Wenn man dann aber erstmal in der Zuriya City angekommen ist, geht es Schlag auf Schlag. Es kommt jetzt zunächst mal der Rivale, der wesentlich mächtiger wurde. Und auch der hat jetzt ein ernstzunehmendes Team. Und er ist nicht mehr vergleichbar mit der Vatania-Begegnung. Der ist wesentlich gefährlicher jetzt. Er beginnt beispielsweise mit einem Kikli. Ich konnte das aber outen über Dual Ringbeat von Ninjask. Es wäre hier auch vollkommen egal, wenn beispielsweise Kikli einen Fokus-Sash trägt. Dual Ringbeat geht daran vorbei. Eine weitere coole Eigenschaft von Ninjask. Auch wenn ich hier leider extrem vorgeschwächt wurde von Mogelheap. Weil ein Geist-Pokémon zum Beispiel kann ich ja nicht kriegen. Ninja-Tom ist nun mal verboten. Und wo man dann ziemlich vorsichtig sein sollte, ist bei den Setup-Pokémon vom Rivalen. Er hat beispielsweise ein Pixie mit Charge-Beam, was sehr schnell eskalieren kann. Ich konnte hier aber Ninjask opfern, nur das Ding sehr effektiv angreifen, über als Poison-Fang von Ariados. Ein weiteres mieses Pokémon eigentlich, was ich bei dem Run hier sehr, sehr geschätzt habe. Das werden wir noch unzählige Male in den verschiedensten Boss-Fights sehen. Das kann sogar später Prio attacken. Und dann kommt Evoli rein. Und es macht erstmal C-Celebrate. Wirkt erstmal komplett lächerlich, aber die Attacke gibt einen Omni-Boost. Und plötzlich hat hier einfach mal eine Attacke von Evoli fast mal Ariados gewoneshottet. Und dann ging's weiter mit dem vierten Pokémon, was hier besonders eskalieren kann, wenn man halt gerade kein perfektes Outer gegen spielt. Und zwar Glutexo. Das Ding spammt hier einfach mal Dragon Dance und es hat Fire Punch. Ziemlich unfair für ein Käfer-Team. Nun kann man aber eine Sache machen. Man kann jetzt hier Paisa einwechseln und einfach Dampfwalze spammen. Dadurch verliert hier Glutexo seine Init, verrennt sich in Setups, weil es seine Init wiederhaben möchte und ist tot, bevor es hier Paisa killen kann. Klingt absurd, aber das funktioniert. Und dann kann man einfach so eine Käferattacke einsetzen gegen seinen Pflanzenaffen, der keine Chance hat gegen einen solchen Angriff. Der Kampf ist aber dann immer noch nicht so ganz vorbei, weil der Rivale hat auch noch einen Arbok. Und das Ding hat hier sogar einen veränderten Typen, was ich relativ cool finde. Und das gilt generell für sehr viele nischige Pokémon, die etwas komische Typen haben in originalen Gameplay-Spielen. Und da ich wusste, dass ich Probleme habe, dieses Arbok vernünftig zu besiegen, habe ich das einfach paralysiert. Es ist generell ein taktisches Motiv, was ihr heute noch einige Male sehen werdet. Wenn ein Pokémon paralysiert ist, kann es noch so gefährlich sein. Es wird immer outspeedet und dann kann man das einfach runterchippen. Wenn man also gegen das Team des Gegners gute Outs findet und noch ein paar Ressourcen hat für das letzte gefährliche Pokémon, was unbesiegbar scheint, paralysiert man es einfach und besiegt es dann mit vereinten Kräften, mit den restlichen Monsten, die man noch irgendwie zur Verfügung hat. Und dann ist auch so ein Arbok hier noch relativ gut besiegbar. Und das Ding ist hier Gift Unlicht, was ich sehr passend finde. Ich denke, das ist ein Typing, was für Arbok ziemlich gut ist, einfach deswegen, weil es ohnehin die Unlicht-Biss-Attacken hat und es ist super, dass die hier Step besitzen. Ich finde solche Änderungen bei Radical Red stellenweise echt clever durchdacht und Arbok profitiert davon natürlich enorm. Und was natürlich immer besonders gut ist, ist wenn hier Full Paras auftreten, weil dann bekommt man einfach so Runden geschenkt und das macht dieses Thread hier nur noch besser. Nun kommen wir aber zu einem extrem großen Difficulty Spike und was soll ich sagen, alles zuvor Dagewesene ist ein erbärmlicher Witz im Vergleich zu Kai. Kai aus Jotum, der dortige Käfer-Arena-Leiter, hat deutlich bessere Käfer dabei, als ich jemals im Early Game finden könnte und ich muss ihn trotzdem im 6 gegen 6 besiegen. Obwohl es hier sogar noch die ganze Zeit regnet und ich die mal Feuerattacken vernünftig verwenden könnte, wenn ich die zahlreich besitzen würde. Der Kampf ist richtig unfair gegen mich aufgestellt und ich wusste gar nicht, ob der machbar sein wird, bevor ich Misty gemacht habe, weil dann halt die Levelkurve springt und ich dann mehr Möglichkeiten besitze. Ich wollte es aber zumindest mal ausprobieren, auch wenn es relativ unmöglich klang. Und dieser Kampf hier ist einfach nur komplettes Chaos. Er beginnt hier natürlich mal wieder mit den Tarnsteinen und ich konnte dagegen einfach nur wenig tun. Ich konnte hier aber, zumindest über Lady Anliegen mit der Fähigkeit Iron Fist und Mach Punch mit Priorität. Generell sind Prio-Attacken bei diesem Run hier extrem wertvoll, um Safe zu outspeeden, das kann auch besser sein als Ninjask und ja, Anurid konnte ich damit sehr gut killen. Dann ging es aber weiter mit Skara Born und das Ding wäre eigentlich ein Monster. Denn das Ding hat nur extrem wenig Schwächen und es trägt eine Anti-Flugbeere, damit man das nicht so gut outen kann. Ich konnte hier aber Ninjask einwechseln und über Dual-Wingbeat seine Beere komplett ignorieren. Auch dafür ist so eine Doppelschlag-Attacke extrem wertvoll. Es ist halt immer die Frage, ob man eine bessere Attacke wählen sollte, im Laufe des Runs die mehr Schaden macht oder ob man so einen Doppelpunch behalten möchte. Und mein Ninjask war das jetzt schon so gut geworden, dass ich bereit war, eventuell die Attacke noch für eine ganze Weile zu behalten. Die war wirklich praktisch und Skara Born konnte ich so einfach so wegfegen. Danach ist aber dann leider reines Chaos ausgebrochen. Es kommt dann Sherox rein und das Ding ist ein pures Monster. Komplett unfair im Early Game. Ich musste hier Ninjask aufgeben, ich hatte aber Maske Regen dabei. Ein Käfer-Wasser-Pokémon, was normalerweise Käfer-Flug wäre. Aber das wurde bei Radical Red geändert, weil Gewire, die Vorenwirkung von Maske Regen, ja auch Käfer-Wasser ist. Das ist eine gute Änderung. Und deswegen konnte ich hier mit Step mit Wasser-Attacken angreifen, im Regen. Aber dann hat die KI hier einfach Vikavolt eingewechselt, also Donarion, ein Elektro-Käfer aus der siebten Generation. Das konnte ich aber auch spielen. Ihr müsst wissen, es ist möglich, vor dem Mondberg einen Donnerstein zu bekommen und den würde ich definitiv für Donarion verwenden. Donarion ist zwar leider ziemlich langsam, das ist blöd und das ist generell ein Problem bei vielen Gen-7-Pokémon, es ist aber unheimlich stark. Es hat einen mega heftigen Spezialangriff und sehr früh im Spiel auch ein gutes Moveset. Und damit konnte ich beispielsweise das Araquanid von Kai extrem gut bekämpfen. Elektro-Attacken sind generell praktisch für den Run, eine Coverage, die ich nicht so häufig sehen werde. Galvantula habe ich auch theoretisch, aber es ist halt nicht so stark, es ist eher schnell. Ja, und Masker Regen hat dann so ein bisschen den Sack zugemacht gegen Sherox. Ich weiß nicht, was ich ohne das gemacht hätte. Dann war der Kampf aber immer noch nicht gewonnen, selbst nach all diesen Verfeinerungen, dem Team-Building, etc. Es ging dann immer noch weiter, weil Denarion war noch nicht besiegt und Kai hat auch noch ein vollwertiges Sherox mit Schwerthans. Ich konnte die aber irgendwie wollen, wie bei Zirpaises Rocktomb, weil er sich lautum eingewechselt hat, nach sehr, sehr vielen Versuchen. Ich habe mir locker fünfmal gedacht, beim Versucheerspielen hier, dass Kai unmöglich ist und dass ich ihn aufschieben muss. Ich war zigmal kurz vor dem Aufgeben, ich habe es aber irgendwie durchgezogen. Ich habe tatsächlich Kai vor Misty besiegen können, aber es war eine reine Qual. Das ist von der Schwierigkeit her nicht vergleichbar gewesen zum Rest des Runs, den wir bisher gesehen hatten. Kai war wie gesagt ein gigantischer Difficulty-Spike. Der Punkt, wo die verrückten Taktiken dann aber komplett eskaliert sind, ist der Kampf gegen Misty in der Wasser-Arena gewesen. Der nächste richtige Kanto-Orden und eigentlich sieht Wasser erstmal nicht so unmöglich aus. Ich meine, es gibt tatsächlich Käfer mit Pflanzen-Moves, das ist nett, ich habe Donarion und ich habe generell viele Tools, wie gesagt, ich habe viele Käfer zur Auswahl. Und ich wusste, dass sie wahrscheinlich nicht so krass sein wird, wie der Kampf gegen Kai. Ich war jetzt sehr, sehr schlimmes Zeug gewohnt und wollte mich da irgendwie durchbeißen. Aber was dann passiert ist, war wirklich ein extrem merkwürdiges Battle. Seht einfach selbst, ich hatte eine sehr lustige Strategie. Sie beginnt hier mit einem Quack so, was Regen macht und das Ding konnte ich sofort outen über Zipaise. Also das 1 zu 0 war überhaupt gar kein Problem. Aber danach ging es dann weiter mit Mantax. Und das Ding spammt Hurricane im Regen, was niemals missen kann und mich sogar verwirren kann. Mit Step. Aber man müsste jetzt meinen, okay, Donarion kann das Ding doch easy one-shotten. Mantax hat aber eine dermaßen krasse Spezialverteidigung und eine Anti-Elektro-Beere, so dass es einen starken Elektro-Move von selbst Donarion einfach so tanken kann und zurückschlagen kann. Das ist übel. Schaut euch mal an, was für ein Burg ein Pokémon haben muss, um das hinzukriegen. Immerhin konnte ich aber Mantax 2-shotten und ich wurde zumindest nicht geburned über Skulled. Das ist eine weitere Sache, die gerne mal passieren kann gegen Misty und wenn man geburned wird, so manche Pokémon praktisch nicht mehr zu gebrauchen. Der Punkt, wo der Fight hier dann aber komplett verrückt wurde, weil sie die Vorentwicklung von Tentantle eingewechselt hat. Das Ding ist eigentlich nicht ultra krass, aber es hat einfach unfairen Bulg. Und es hat Leech Seed und Toxin. Zwei Attacken, die ich nicht zulassen kann. Wenn das Ding Leech Seed spendt, dann kann ich das Ding einfach nicht umbringen. Es trinkt Ebonit, es hat krasse Verteidigungswerte, ich habe keine Feuer-Moves dagegen, was soll ich denn machen? Ich hatte nicht mal krasse Kampf-Coverage oder so. Ich war absolut verzweifelt. Ich wusste aber, Wurmadame Stahl kann nicht toxiniert werden und so eine Pokémon wie Araquanit zum Beispiel ist Gyrobal vollkommen egal, wenn ich das einwechseln sollte, nachdem Wurmadame Stahl gerade drin war. Ich kann also hin und her wechseln zwischen Araquanit und Wurmadame Stahl und damit die AP von Faro Seed einfach ausstallen. Das ist eine Sache, die macht man bei Radical Red praktisch nie. Aber dieser Run hier ist dermaßen krass gewesen und so nischig, dass es stellenweise notwendig war und auch denkbar war, wenn man die richtige Strategie hat. Man muss aber bei so einer Strategie bei Radical Red extrem aufpassen. Die KI kann jederzeit auswechseln. Die KI kann nämlich merken, dass sie verarscht wird und dass sie keinen Ausweg mehr hat. Also spätestens wenn die AP mal ausgestallt sind, wird irgendwas anderes gefährliches reinkommen und den Platz vom Faro Seed einnehmen. Und das war in diesem Fall hier Toxiquark. Ein weiteres Monster, was nicht so leicht besiegbar ist. Ich meine, das Ding hat schon ein bisschen was drauf und es hat sehr, sehr gute Coverage. Nun konnte ich aber dessen Sword Dance predikten, weil ich wusste, es wird übermütig, weil es dermaßen stark ist und nichts zu befürchten hat von meinem Pokémon. Dann konnte ich es überraschend paralysieren über Wandelby, ein Käfer-Fee-Pokémon, was wir noch sehr, sehr häufig einsetzen werden, weil es auch immer wieder unglaublich schnell ist. Dann habe ich Ariados geopfert, um dann früher oder später Toxiquark zu finishen über Donarion, was jetzt wegen der Paralyse schnell genug war, um Toxiquark mit der Flugattacke zu outspeeden. Das alles war notwendig, um ein Mond zu brechen, während halt diese ganze Farasite-Taktik noch nicht abgeschlossen war. Das hatte ich ja mal eben nur kurz ausgewechselt. Und von da an haben dann so ein bisschen die Mindgames angefangen. Weil ich wusste, Misty hat ein Kapaloris, was nicht so relevant ist, also das sollte ich gut schlagen können. Und gegen Farasite kann ich jetzt eigentlich ganz gut vorgehen, weil das ist ja schon stellenweise PP-Stalled. Ich wusste aber auch, Misty hat auch noch einen Starmie, was praktisch alles outspeeden kann und one-shotten kann, was ich besitze. Ich musste es also schaffen, Donarion vorzubereiten, dass es einen Hit tanken kann von Starmie, um das dann später zu finishen über eine Elektroattacke. Und das hat so funktioniert. Ihr seht hier meine Strat, die war recht kompliziert und ich musste wechseln, etc. Es hat aber geklappt. Ich konnte Farasite irgendwann besiegen, ein letztes Opfer tun, um dann später gegen Starmie mit Donarion drin zu stehen, auf einem gesunden Kapi-Wert, um Misty dann zu besiegen. Und das alles war notwendig für den zweiten Orden. Ihr wollt euch nicht vorstellen, was noch alles kommen wird. Dieser Run hier ist dermaßen umfangreich. Wie gesagt, ich will gar nicht wissen, wie lang das Video ist, aber es war schon eine coole Strat. Generell ist es mega unterhaltsam, Hippie zu stallen, Inhalt aktiven Pokémon kämpfenden Challenge Runs, die ja so schwer sind wie dieser hier, aber es in Redical Red zu tun, ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Vor allem im Insane Mode. Das sieht man einfach nicht so häufig. Und nach Misty geht es dann weiter mit einem Custom Battle gegen Briggs, weil der Rivale aus der MSN wurde ja hier entfernt, weil er halt nicht so spannend ist für gewöhnlich bei Pokémon. Und deswegen hat man sich hier für Briggs entschieden. Und Briggs ist hier eigentlich kein so starker Gegner. Generell sind die Fights gegen Briggs für gewöhnlich bei Redical Red relativ fair. Er hat hier aber ein Leta King und das ist eine gigantische Wand, weil das kann alles One-Shotten, was ich irgendwie spielen darf, gefühlt. Und ich kann es nicht vernünftig besiegen, es ist einfach zu viel Bulk und es kann sich gegenheilen über Tage dieb. Nun kann man das Pokémon aber verbrennen über Inferno Pod, was die Gegner-Save verbrennt, wenn es treffen sollte zu 50%. Und wenn Leta King mal geburned ist, macht es nur noch halben Schaden, ist also nicht mehr so stark wie in Legi, so gar nicht. Und es bekommt sogar jede Runde Damage, was prima ist, womit es brechen möchte. Ihr seht aber hier schon, wie lange es trotzdem auch dauern kann, um Leta King mal loszuwerden. Weil es ist bei Redical Red gebufft worden, das heißt, es hat zwar immer noch seine Negativfähigkeit, dass es jede zweite Runde aussetzen muss, es kann aber bei Redical Red in der Aussetzrunde Tage dieb einsetzen, also es hat einen Move zur Auswahl. Und das ist halt die Heilungsattacke. Mein Lunarion hat Ewigkeiten gebraucht, dieses verdammte Leta King irgendwie down zu bekommen, und ich habe jede Runde mit Step Donnerblitz gespammt, mit dem heftigen Angriff von Donarion. Ich habe aber auch einfach keine Crits bekommen, das hätte einiges hier erleichtert, kam aber nicht wirklich dazu. Aber hey, nach einer ganzen Weile hin und her ist Leta King dann endlich mal gestorben und ich hatte bereits zwei Kills in der Tasche, weil es Krebutag war ja eben nicht all so gefährlich. Und als Briggs dann Gardavior eingewechselt hat, habe ich Donarion geopfert, noch ein bisschen Schaden gemacht und Gardavior dann gewault über Araquanit. Nun muss man natürlich dazu erwähnen, Gardavior kann hier Call Mind einsetzen, also das Ding kann Setupen, allerdings greift Araquanit physisch an und deswegen ist Call Mind nicht so schrecklich und ich kann neutral eine ganze Menge wegstecken mit Araquanit und es ist eins der besten bulkigen Pokémon, die ich im gesamten Run spielen kann. Wirklich sehr, sehr starkes Mon. Und der Rest von Briggs Team, der war dann noch relativ fair. Er hatte noch ein Plusle, was nichts tun kann gegen beispielsweise Burmada Sandumhang, was ich jetzt im ersten Mal so richtig verwendet habe und es wird auch später bei Mario Bob durchaus ein gutes Pokémon sein, einfach weil es Typ Boden ist. Ja, und dann kommen noch Gewaldro und Haltariama, die beide relativ wenig tun können, gegen Ninjask zum Beispiel. Ich kann mal wieder einfach so outspeeden und sehr effektiv angreifen mit Duel Wingbeat und es tut schon wirklich sehr, sehr weh, wenn ich damit sehr effektiv attackiere. Und ja, auch wenn Ninjas diesen Kampf nicht zu Ende spielen konnte, war Haryama dann praktisch schon besiegt und das Pokémon ist ja auch nicht gerade schnell. Ich brauche kein Ninjas um das zu outspeeden. Also Briggs war eigentlich ganz okay, aber Leta King war halt bedenklich. Bevor ich jetzt aber direkt zu Mario Bob gegangen bin in die dritte Arena, wollte ich erstmal gegen Bianca kämpfen. Und das ist die normale Arenaleiterin aus Johto mit einem weiteren, sehr, sehr mächtigen Team und gerade Normal-Pokémon kann ich halt nicht vernünftig sehr effektiv angreifen, außer ich nutze Perfekt der Ere Dualtypes und das ist hier extrem elementar gewesen. Letztendlich muss ich sagen, dass dieser Kampf hier extrem glücksabhängig war. Es ging los mit Digger-Spy, also mit einem Normal-Boden-Pokémon, was ich sehr effektiv angreifen konnte über Lelians Mach-Punch. Aber dann kam Libiskus rein und das ist hier mega anstrengend, weil es nicht einschläfern kann. Ich kann es extrem gut bekämpfen mit Bundle-Bee und ich mache wirklich sehr, sehr viel Schaden. Aber wenn ich halt ewig schlafen sollte, wird's schwierig. Ja, man wacht bei Radical Red schon relativ früh normalerweise wieder auf, aber in paar Runden kann man trotzdem verlieren und das kann ich mir einfach bei so schwierigen Bosskämpfen nicht leisten. Ich musste also so lange resetten, bis ich einen Try hatte, wo ich früh aufgewacht bin und wo ich den Switch-In von dem neuen Pokémon predikten konnte und zwar das normale Feuer-Pokémon von Bianca, was natürlich Käfern sehr gefährlich werden kann. Und das Ding habe ich dann sofort paralysiert und bekämpft über Inferno-Pot. Denn jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Inferno-Pot ist immun gegen Feuerattacken. Er ist nicht nur neutral, wie halt ein Käfer-Feuer-Pokémon normalerweise wäre, wie ein Ramoth zum Beispiel. Ich kann damit immer im gesamten Run, wenn ich das möchte, Safe-In-Feuer-Moves reinwechseln. Eine Eigenschaft, die für ein Käfer-Team extrem elementar ist. Ich denke, es ist klar, dass wir das Pokémon noch sehr häufig einwechseln werden. Leider ist der Kampf hier dann aber noch nicht so ganz vorbei. Ich musste da noch irgendwie Grabbit und Libiskus removen, weil die waren da schon extrem angeknackst, aber halt noch nicht so ganz besiegt. Und dann ging es irgendwann weiter mit Togekiss. Und da ist wieder ein kleiner RNG-Faktor vorhanden und zwar haben wir uns gegenseitig paralysiert. Bundleby und Togekiss. Und da kann natürlich Blödsinn passieren. Wenn ich es jetzt nicht mehr schaffen sollte, Togekiss zu schwächen mit Bundleby, schafft Donarion dann vielleicht den Kill dann nicht richtig und es kann eklig werden. Ich hatte aber Glück hier und konnte Togekiss halbwegs solide besiegen. Danach ging es aber weiter mit Mega Altaria und das ist nochmal ein anderes Kaliber. Und natürlich kann das Ding auch setuppen. Ich hatte dagegen Poison Fang mit Ariados, habe auf Gift gehofft, also auf eine Vergiftung und wollte dann irgendwie mit Prio-Attacken oder geopferten Pokémon reinstallen, bis Altaria einknickt. Und auch das ist halt mal wieder eine Sache, die bei weitem nicht bei jedem Try funktioniert. Aber hier hat es geklappt. Und gegen Indidi hatte ich dann noch Donarion mit Bugbuzz, um den Fight hier für mich zu entscheiden. Bianca war wirklich anstrengend und ich habe eine Weile gehangen, es war aber insgesamt nicht so schrecklich wie Kai. Das war einfach ein riesiger Roadblock gewesen, dagegen war Bianca noch halbwegs in Ordnung. Aber wie ist denn jetzt Major Bob gelaufen? Ich meine, es ist der Elektro-Arena-Leiter und ich habe dagegen einfach nicht so viele Outs. Klar, ich habe Wormadane-Sandumhang, aber ansonsten habe ich keine Elektro-Immunität bei all den Käfern, obwohl ich so viele verschiedene spielen dürfte, theoretisch. Und ich muss jetzt trotzdem irgendwie da durch. Und es gibt halt schon sehr viele Käfer-Pokémon mit Elektro-Schwäche. Zum Beispiel sämtliche Käfer-Flug-Mons und das sind ja nicht gerade wenige. Zunächst mal kann man ja einen leichten Kill machen über Wormadame und das ist schon mal ein sehr guter Start. Man darf aber auf gar keinen Fall danach Wormadame opfern, weil es wird noch sehr, sehr wichtig werden. Rotom kann man so ein bisschen outen über halt, naja, Cepaise zum Beispiel und dann Bundleby, aber früher oder später kommt Voltenzo rein und das ist hier das größte Problem. Voltenzo kann fast alles One-Shotten mit Rising Voltage. Ich kann es aber folgendermaßen outen. Ich kann es anhitten, indem ich einen Switch in Voltenzo reinpredikte, Metal Bundleby, dann kann ich in Wormadame gehen, Rising Voltage predikten, da gegen die Moon sein und dann eine Feuerattacke predikten, in Inferno Pod gehen, auch da gegen die Moon sein und damit Inferno Pod einmal ganz knapp Rising Voltage überleben, um Voltenzo zu finishen. Denn ja, Inferno Pod ist defensiv genug, um diese heftige Attacke wegzustecken. Gott sei Dank, weil ansonsten hätte ich gegen Voltenzo hier gar nicht so viel machen können. Richtig, richtig starkes Mon, aber ich finde es cool, wie ich hier die Immunitäten ausspielen konnte. Aber das ist halt bei weitem noch nicht alles. Ich musste dann Rotom Wash finishen über Bundleby, das hat gut funktioniert, über Mega Drain und ich konnte sogar einige Karpel wiederherstellen und als dann irgendwann Alula Raichu rein kam, konnte ich wieder Rising Voltage predikten, also in Wormadame gehen und dann wusste ich, okay, es kommt nicht nochmal eine Elektroattacke, macht ja keinen Sinn, sondern vielleicht Nasty Plot oder so. Es kann also relativ safe Donarion eingewechselt werden und dann kann ich hier mit Bugbars guten Damage austeilen. Leider hat aber das Ding einen Fokus-Sash, deswegen muss man vorsichtig sein und deswegen musste ich Raichu hier nach einem Opfer von Inferno Pot mit der Prioritätsattacke killen, also das war dann auch noch notwendig. Und danach gab es dann immer noch eine riesige Hürde und das war Elevoltec. Elevoltec ist hier ein Elektro-Kampf-Pokémon, also das wurde geändert, um es doch ein bisschen cooler zu machen und ich musste das Ding wollen, über Donarion mit halt einfach Roost und gelegentlichen Angriffen. Das Ganze hat sich mal wieder eine ganze Weile gezogen, ähnlich wie vorhin bei Leta King, aber ich konnte so Elevoltec outen. Solche Hin- und Herkämpfe gibt es halt manchmal bei Radical Red, da muss man in schmalen Grat gehen und einfach hoffen, nicht in Grund und Boden gekrittet zu werden. Das kann natürlich auch jede Runde geschehen und dann ist der Try quasi sofort beendet, da muss man neu laden, da kann man relativ wenig gegen machen. Und was Majo Bob dann auch noch hat, zum Abschluss ist halt ein Kickly. Das war aber nicht mehr so gefährlich, das konnte ich anhitten über Bundleby und finischen über Bummerdame. Aber ja, auch dieser Fight hier ist ein einziges Chaos gewesen, ihr habt es ja gesehen, ähnlich wie eben Misty und Co. Es sind mega komplexe Kämpfe und ich versuche euch alles so gut wie ich kann wiederzugeben, aber das wird im Laufe des Runs nur noch schwieriger werden, also wenn ich es irgendwann mal nicht so gut hinbekomme, dann tut es mir natürlich leid. Jetzt kommen wir aber zu einem speziellen Punkt im Run, den ich extrem verblüffend fand und zwar Lavandia City. Ich musste jetzt gegen Jens kämpfen, den Rivalen gibt es nicht im Lavandia Turm, weil der nicht so spannend war im Originalspiel, von daher hat den der Hacker entfernt für einige Custom Boss Battles und ja, wir müssen jetzt Jens machen, der Geisterredeleiter aus Yoto. Der ist eigentlich kein schwacher Gegner, aber bei diesem Run hier habe ich ihn ge-First-Tride. Schaut euch diesen Kampf hier mal an, sein Rabigator macht sogar Tarnsteine, ist aber natürlich erstmal offensiv kein so gefährliches Pokémon, weil Boden und Licht, das ist für ein Käfer-Team durchaus gut stemmbar. Kein mega krasser Gegner. Und dann geht es weiter mit Gengar. Gengar ist eigentlich ein ziemliches Monster, aber Burmadame Boden kann das Ding einfach komplett zerstören. Gengar hat keine Schwebe, ich kann sehr effektiv angreifen mit Bodenattacken und resistiere Giftattacken. Das heißt, Burmadame hat hier ein sehr, sehr angenehmes Matchup und kann das mega schon mal ohne großartige Kosten entfernen. Und ich habe ja auch Prioritätsattacken auf Burmadame. Das heißt, ich kann beispielsweise dann später noch, wenn Traum Agile eingewechselt wird, das Anhitten mit so einem schönen Sucker Punch. Auch eine sehr gute Attacke für den Run. Priorität ist immer gut bei Radical Red. Und ich denke, generell sind Prioritätsattacken ziemlich gut in Pokémon. Auch in Competitive zum Beispiel. Es ist immer schön, gratis mit Prio anzugreifen, um irgendwas so ein bisschen anzuchippen oder sogar zu finishen. Und was ich ja auch prima nutzen konnte bei dem Fight, ist Fermi Cooler. Ein weiteres Käfer-Stahl-Pokémon, mit dem ich so ein bisschen im Zwiespalt war. Das Ding ist mega stark, also wirklich richtig stark. Es kann aber die Fähigkeit Hustle haben. Und das ist eine Fähigkeit, die die Genauigkeit der eigenen Move senkt, aber deren Stärke steigert. Und dann wird es halt unkonstant und nervig stellenweise, aber man will dieses bisschen mehr Damage schon haben. Vor allem auf einem Pokémon, was praktisch gar keine Schwächen hat und nette Coverage-Moves wie Crunch. Sehr, sehr gut das Ganze. Ich habe immer wieder gehadert und die Fähigkeit hin und wieder verändert, wie es mir gerade gepasst hat, aber das Pokémon hat mich schon stellenweise manchmal ein bisschen genervt. Ja, und nachdem ich dann irgendwann Smilfins noch besiegt hatte von Jens, kam tatsächlich der Feuerstarter von Gen 6 rein und wollte Mindblown spannen, eine sehr starke Feuerattacke, von einer Ultra-Bestie aus Gen 7. Das konnte ich aber abfangen, einfach so mit Inferno-Pod, also war das mir auch relativ egal und das letzte Pokémon von Jens war dann Sneibunna mit Käferschwäche unter anderem. Das kann halt gar nichts machen gegen mein Team und Bundlebee hat das einfach so beendet. Ich habe Jens einmal probiert und sofort gewonnen. Extrem ungewöhnlich für Radical Red, noch ungewöhnlicher im Insane-Mode und absolut absurd in einem Käfer-Odi-Run. Aber hey, fand ich witzig und damit ging es jetzt weiter direkt mit Erika. Tja, und die gute Erika, die ist bekannt bei Radical Red, nicht unbedingt die heftigste Arena-Leiterin zu sein. Pflanze Monotype hat durchaus seine Probleme und wenn ich hier mit 6 Käfer-Pokémon antanze, bin ich einfach in einer gewissen Übermacht. Natürlich hat Erika gewisse Outs dagegen und ja doch kein schlechtes Team. Aber ich stehe einfach relativ gut da. Ich habe viele Pokémon, die 4-fach Pflanze resistieren und einfach easy, sehr effektiv mit Steps sogar angreifen. Es sieht also ziemlich gut für mich aus, auch bei diesem Bossfight hier. Und Jens war ja eben schon relativ einfach. Und da kommen wir jetzt zu einem der großen Vorteile, wenn man Monotypes spielt. Natürlich wird man normalerweise bei praktisch jedem Bosskampf geknechtet, weil einfach die Varianz fehlt. Man kann noch so viele Dualtypes spielen. Es ist immer ein Nachteil, wenn man gezwungen ist, 6x den selben Typen im Team zu besitzen. Wenn man aber sehr effektiv gegen ein anderes Monotype-Team antritt, kann man das in der Luft zerreißen, auch bei Radical Red. Ich habe Erika hier ebenfalls sofort ge-First-Ride und sie hat wirklich kein schlechtes Team. Sie hat Vili hier beispielsweise, was ja ein ziemlicher Tank ist. Sie hat sogar hier ein Psycho-Pokémon mit dabei, mit Zyto-Mega. Da hat sie ein Mega-Bisa-Flor, ein absolutes Monster, mega gutes, Mega-Pokémon mit auch einer guten Dual-Type. Ich meine, Pflanze Gift ist definitiv nicht schlecht. Und sie hat sogar Katana, eine Ultra-Bestie mit einem physischen Angriff, der sich mit Mega-Requaza und Co messen kann. Dumm nur, dass das Ding der Mafia-Schwäche hat gegen Inferno-Pod, oder? Natürlich kann ich es so easy outen und deswegen war das gar nicht mal so schrecklich. Und sie hat auch noch ein Ressladero sowie tatsächlich ein Rotom innerhalb der Rasenmäher-Form. Ihr merkt schon, nur ihr halbes Team ist Pflanze. Sie hat nicht nur Pflanzen. Aber trotzdem, war meine Käfer übermacht, einfach zu viel für Erika und die wenigen anderen Pokémon, die sie halt gespielt hat, konnten mich nicht sofort stoppen. Wenn ich halt gegen Katana ein Feuer-Pokémon habe, sieht es eigentlich ganz okay aus. Und ja, Erika ist tatsächlich auch ein ziemlich wichtiger Fight. Auch wenn dieser Kampf hier jetzt nicht so wichtig war für das Video, man schaltet durch Erika viel frei. Die Spielhalle mit unendlich vielen neuen TMs, aber auch neuen Pokémon, die ich jetzt kaufen kann. Die Vorentwicklung von Ramoth zum Beispiel kann ich jetzt kaufen. Werde ich zwar noch nicht spielen können, aber später ist das durchaus sehr nett, das zu haben. Und vor allem die neuen TMs sind jetzt extrem heftige Buffs und die könnte ich jetzt für die nächsten paar Bosskämpfe durchaus einsetzen. Und das werdet ihr jetzt wahrscheinlich bemerken, dass ich meine Movesets stellenweise ein bisschen bessern werden ab hier. Bevor wir jetzt aber zu Giovanni kommen in der Spielhalle, wollte ich erstmal Hardwick machen. Und das ist der Kampfareneleiter aus Yoto und eigentlich sind Kampftrainer nicht so gefährlich im Pokémon-Franchise. Bei Radical Red allerdings ist das ein bisschen anders. Und jetzt fangen auch die Arena-Effekte an beziehungsweise die Bosskampf-Nebeneffekte, die das Spiel noch zusätzlich erschweren sollen. Und das ist hier bei diesem Bossfight besonders schlimm. Ihr müsst wissen, Hardwick's Pokémon kann man nicht One-Shotten. Wenn man genug Schaden machen würde für einen One-Hit, bleiben trotzdem einige KP übrig. Das soll so ein bisschen kompensieren, dass einige Bossgegner halt Monotype-Teams haben oder zumindest halbe Monotype-Teams und dass sie deswegen halt im Nachteil sind. Ich kann das nachvollziehen, vor allem bei einem Hardcore-Hack, also, dass man es so erschweren möchte, es fühlt sich aber halt ein bisschen unnatürlich an. In meinem Fall hier konnte ich aber trotzdem siegen und das wichtigste Element für diesen Sieg war Inferno-Pod. Inferno-Pod mit Inferno und Burn gegen physische Monster, denn die meisten Kampf-Pokémon sind halt physisch extrem gut aufgestellt und die zu verbrennen ist mega wertvoll. Und ich kann dir eine Sache sagen, Inferno ist ziemlich konstant in Radical Red. Eigentlich ja nur 50% Trefferchance, oder? Ich habe ständig drei bis vier Mal in a row getroffen, ohne Schwierigkeiten. Vielleicht hatte ich Glück, vielleicht ist das Ganze hier verändert worden, wie auch immer. Ich konnte so auf jeden Fall sehr, sehr viel aus dem Early-Game von dem Kampf hier rausziehen, um ein gutes Matchup hier zu haben gegen die restlichen Mons von Hardwick. Und ja, Samazenta konnte ich dann finishen über Dazzling Gleam von meinem Bundlebee. Ich war sehr dankbar, dass das geklappt hat, weil Samazenta ist ein ziemliches Monster und fast unbesiegbar, der Burg ist absurd. Ja, und dann kam Logok rein. Logok ist auch nicht so leicht zu besiegen, vor allem, weil es mal wieder Feuer ist. Ich konnte es aber killen über Araquanid. Und die Attacke Liquidation, also die Wasserattacke von Araquanid, zusammen mit dessen Fähigkeit, zimmert schon ordentlich rein. Vor allem, wenn es mal regnen sollte oder so. Wir werden das Pokémon noch sehr oft spielen und es wird eine ganze Menge Schaden verursachen. Und Cobalion, was zuvor die Tarnsteine gelegt hatte, konnte ich auch noch mit Araquanid finishen, um zwei Kills damit abzustauben. Und als es dann weiterging mit Mega-Galagladi, natürlich hat Hardwick das auch noch, muss sich Araquanid opfern und hat Galagladi sehr effektiv angreifen über Donarion. Und natürlich wollte Mega-Galagladi auch noch setuppen. Was aber das gefährlichste war, am gesamten Fight, wirklich sogar mit Abstand, ist ein Skorgoo gewesen. Ich habe gegen Skorgoo für eine Ewigkeit keinen Out gefunden. Ich habe ständig das Wegen verloren. Am Ende des Tages habe ich es aber so gelöst, dass ich einfach hier diesen Weg gefunden hatte, wo Skorgoo als letztes kommt. Und dann habe ich einfach die Eis-Motte aus Gen 8 eingewechselt. Wie random die Fähigkeit Dusk-Shield hat, irgendwie viel Poodogs, um halt keinen Schaden zu bekommen gegen Tarnsteine. Und so konnte ich Skorgoo hier eigentlich One-Shotten, aber halt wegen dem Arena-Effekt Two-Shotten. Soll mir recht sein, ich konnte so siegen. Aber Hardwick war wirklich wieder ein ziemliches Brett. Da habe ich lange dran gesessen und ich hatte echt große Schwierigkeiten. Auch wegen halt diesem Arena-Effekt. Und dann habe ich mich natürlich Giovanni zugewendet in der Spielhalle und hier ist jetzt eine ziemlich witzige Sache passiert, wie man halt die KI stellenweise auch bei Radical Red ein wenig cheesen kann. Und wie das funktioniert, werde ich auch im selben Kampf gleichzeitig auch erklären, damit ihr das Ganze nachmachen könnt, wenn ihr auch mal Radical Red spielen solltet. Das ist ein relativ wichtiger Tipp, der manchmal funktionieren kann. Zunächst mal beginnt er hier ganz normal mit Panferno und das kann ich halt besiegen über Araquanit und Liquidation. Es trägt aber ein Focus-Sesh, von daher, naja, würde es safe die Steine rauslegen und ist nur Two-Shot. Wo es aber dann interessant wurde, war bei seinem Garados. Und das kann hier eigentlich einfach so Araquanit besiegen, ich kann nichts dagegen tun, aber ich habe das hier trotzdem ziemlich an die Wand gespielt. Das Ding ist, eigentlich kann Garados mich hier einfach so töten, ohne Schwierigkeiten. Es hat aber einen Boost-Move in Dragon Dance. Das heißt, die KI ist dermaßen gut, dass sie sieht, okay, ich kann hier setuppen und ihr möchte das maximale Potenzial hier rausholen. Wenn ich aber eine besondere Kill-Fahr-Attacke mit Araquanit hier Spamme, die jede Runde seinen physischen Angriff um eine Stufe senkt, also den von Garados, da bringt der Dragon Dance nicht mehr so viel. Die KI denkt aber, jedes Mal wieder, okay, das Match-Up hat sich nicht verändert, ich bin überlegen, ich kann setuppen, ich hab die Zeit dazu. Und diese KI-Entscheidung läuft rein mechanisch ab. Ein Spieler hätte längst ausgewechselt oder einfach mal den Kill gedrückt gegen Araquanit, aber die KI trifft immer wieder dieselbe Entscheidung, bleibt drin und Mistblade gnadenlos. Ihr könnt das Ding runterhauen, bis in den roten Bereich und ja, dann habt ihr das schnellste Garados der Welt vor euch, mit plus 6 Speed wegen Dragon Dance. Es verreckt aber trotzdem an der nächsten Prio von Ariados zum Beispiel. Das ist mega unterhaltsam, aber auch sehr, sehr wichtig und lehrreich. Wenn man den Gegnern bewusst Match-Ups vorsetzt, die diese Save gewonnen haben und die dann irgendwie manipuliert, insofern, dass man hinten raus profitiert, wenn man drin bleibt, dann kann man da wirklich so viele schöne Sachen umspielen und das hat hier sehr, sehr gut geklappt. Was aber auch gefährlich war bei dem Fight, ist Nido King. Irgendwie hat mich das immer wieder ziemlich zerstört. Ich konnte das Ding aber bedrohen über Maske Regen und seinen physischen Angriff damit senken und damit Fermicula hier sehr, sehr viel aus dem Fight rausholen. Ihr wisst ja, Käfer Stahl ist heftig und ja, Fermicula war auch richtig gut gegen seinen Mega Kangama. Mega Kangama, auch mal wieder eins der besten Megas überhaupt, komplett unfaires Pokémon, was hier sogar mit Power-Up-Punch einfach so während des Schaden macht, Schwertanz einsetzt praktisch. Aber ich habe skillen können und sehr gut vorschwächen können, vor allem mit halt Fermicula. Zwei Hits und das Ding war im roten Bereich und es war sehr, sehr wertvoll für diesen Try. Und der Rest dieses Kampfes hier war dann relativ gut schaffbar. Ich konnte Kangama über den Prio finishen und dann kam noch ein Shelterra und ein Silvaro, die mich beide nicht mehr stoppen konnten. Hier war Käfer Stahlspam einfach mega gut, also ich habe auch noch Forstelka benutzt. Forstelka auch generell für den Run hier ein witziges Pokémon. das kann sich ja sprengen später theoretisch. Und Gegner an den Tod zu reißen, nachdem man den Kill garantiert gemacht hat, kann gut sein. Da kann man schneller ein 2 gegen 1 rausholen und das ist prima für Radical Red, also deutlich mehr, als man jemand sich wünschen würde. Und das kann auch gut sein, stellenweise, in Doppelkämpfen. Auch eine Sache, die man nicht so ganz vergessen darf. Auf jeden Fall ein cooles Battle, ich fand es witzig mit halt dieser Käfer-Attacke gegen Garados und wir werden sowas auch noch ein, zwei Mal sehen im Run. Also das ist ein wichtiges taktisches Motiv für Radical Red, vor allem für Challenge Runs. Und was ich jetzt auch noch vor dem Silphgo-Gebäude machen musste, ist der Kampf gegen das Herrscher-Knogger in Lavandia. Und das ist ein besonderer Encounter, weil es halt eigentlich nur ein wildes Pokémon ist, es bekommt aber einen Omnibus, ist stark gelevelt und hat natürlich die Möglichkeit, praktisch alles von mir zu one-shotten. Man muss das Pokémon einfach zwangsläufig cheesen. Und die beste Möglichkeit, das zu tun, ist halt über Prioritätsattacken. Über Sucker Punch beispielsweise kann man dir wirklich soliden Schaden machen, gegen den Knoggern nichts tun kann. Aber wie gesagt, auch wenn Knogger hier nicht die beste KI hat, im Vergleich zu den Random Trainern und so weiter, würde es trotzdem unglaublichen Schaden austeilen und man macht auch leider über Sucker Punch zum Beispiel jetzt nicht so viel Schaden, vor allem wenn man keinen Step darauf hat. Das Gute ist aber, ich hatte auch Forst Delka und das Ding hat die Fähigkeit Robustheit, wodurch Forst Delka nicht gewawnshottet werden kann, wenn es volle Leben haben sollte. Ist ein bisschen wie Fokus Sash. Und deswegen konnte Forst Delka hier einen Hit überleben von Knogger und beispielsweise auch Flammenblitz ohne Probleme wegstecken, dadurch bei Knogger Recoil Damage verursachen und einmal angreifen für Game, nachdem mal Knogger vorgeschwächt war durch die ganzen Prioritätsmoves. Und so kann man gegen Knogger gewinnen, ist es aber gar nicht mal so einfach für so ein wildes Pokémon. Ich finde dieses Event hier eigentlich jedes Mal ganz cool, weil es das Spiel einfach nochmal ein bisschen auflockert und weil es halt generell mal ein anderes Hindernis ist als die üblichen Bosskämpfe. Wo der Ernst des Lebens aber dann so richtig losgeht, ist halt im Silvko-Gebäude. Das ist ein großer Divi-Gurdy-Spike bei Radical Red immer wieder und es gibt hier einige Bosskämpfe, die ich jetzt irgendwie schaffen muss und wir beginnen mal wieder mit dem Rivalen. Den haben wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und er hat sehr, sehr heftige Upgrades bekommen. Das Ganze ist nicht mehr vergleichbar mit seinem Team aus Azurias City. Überhaupt nicht. Er beginnt jetzt zunächst mal mit Hobuts und ich würde hier empfehlen, ein Matchup zu forcen, was Hobuts nicht gewinnen kann. Weil dann wird sich das Ding sofort sprengen und man kann aufgeben, was man möchte. Skulli-Peep beispielsweise war hier gar nicht mal so wichtig für den Fight, von daher habe ich es weggeschmissen. Und dann braucht man sofort ein Out gegen Sheldsmash Saganibus. Wenn das Ding mit Hausbrauch eskalieren sollte, wird jedes meiner Pokémon outspeedet und für gewöhnlich gewonshottet. Ich konnte aber, über Matrifol, was man halt durch Zuneigung entwickeln kann, einen Hit wegstecken und sehr effektiv angreifen und das Ding zu Bonshotten. Ansonsten wäre Saganibus hier ein ziemlicher Albtraum geworden. Es sind aber erst die ersten beiden Pokémon vom Rivalen. Danach kommt Celestila rein und das ist halt ein Stahlflug-Pokémon, eine Ultra-Bestie mit extrem guten Bulk. Ich konnte das aber wiederum wollen über halt Infernopod, über Firelash, also eine sehr effektive Feuerattacke. Sehr, sehr gut dieses Infernopod im gesamten Run. Ich meine, Feuer-Pokémon werde ich einfach nicht so viele kriegen in dem Käfer-Only-Run, und diese Coverage damit selbst ausführen zu können, wenn ich sie mal brauche, ist sehr, sehr praktisch, denn ansonsten wären Stahl-Flug-Pokémon nur sehr, sehr schwierig zu outen, weil selbst Elektro zum Beispiel bekomme ich eigentlich halt so viel im Run. Tatsächlich hat aber Infernopod den Kill gar nicht ganz hinbekommen und ich musste noch finishen über eine Prioritätsattacke. Da sieht man mal, wie stark diese Ultra-Bestien- Stellenweise sind. Und der Rest dieses Kampfes wurde dann mehr oder weniger gewonnen, einfach über Paralysen. Papunga beispielsweise ist hier ein echt gefährlicher Gegner, weil es eine ziemlich unfaire Fähigkeit gekriegt hat. Es hat nämlich Step auf seine Double-Edge-Attacke und es tut schon richtig weh. Wenn es aber paralysiert sein sollte, ist es halt nicht mehr schnell und dann ist Papunga auch nicht mehr so viel wert. Und gegen Elevoltec hatte ich dann Bundlebee mit sehr effektiven Fehnattacken, weil wie gesagt, Elevoltec ist ja hier ein Elektro-Kampf-Pokémon geworden, was man theoretisch abusen kann, wenn man die richtigen Outz spielt und er hatte auch noch ein Mega-Glurak, was ich ebenfalls paralysiert habe. Ja, weil dadurch, dass Inferno-Port schon besiegt war, konnte ich halt gegen Feuer nicht mehr so viel machen und Glurak ist halt auch so ein Pokémon, was so ein bisschen mit seiner Init glänzt und über Paralyse kann man die wieder sehr, sehr krass einschränken und manchmal greift dann auch Glurak wieder nicht an. Und so habe ich den Rivalen hier ganz gut schaffen können. Das Ganze ist aber auch nur der Anfang vom Silvko-Gebäude und der leichteste Bosskampf vermutlich der gesamten Stadt der Rivalen ist vollkommen okay, aber was danach passiert ist einfach nur absurd und für den Käfer Monotype Run ein absoluter Albtraum. Ihr müsst wissen, nach dem Rivalenfight muss man jetzt gegen Vorstände von Team Rocket antreten und zwar zwei auf einmal zusammen mit Briggs, also es ist so ein bisschen eine Sperr-Säulensituation. Man muss mit einem Rivalen zusammen kämpfen, darf aber selber nur drei Pokémon stellen und der Rivale wird gerne mal missplayen, während die Gegner komplett übertrieben aufgestellt sind. Mehrere Megas verwenden, Legis und generell sehr, sehr heftige Strategien. Was ich euch jetzt einblenden werde, ist so ein bisschen mein finaler Versuch bei dem Fight. Der wird aber nicht so ganz dem gerecht, was hier eigentlich alles dran hing. Die Gegner haben hier Fuegro, Galar Arctos, tatsächlich Primarine, Durengard, Mega Flunkiefer und Mega Hundemon. Und Briggs hat nun Maske Regen, was immer in der ersten Runde sterben wird oder zumindest fast immer, er hat einen Krawums, was auch nicht so toll ist und halt ein mega Gewaltroh. Das ist ganz nett, hat aber hier stellenweise nicht so tolle Matchups. Ich meine, Gegner haben unter anderem zwei Vorher-Pokémon dabei. Das ist halt nicht ideal. Am Ende des Tages ist das Ganze hier ein reines RNG-Fest und es gibt keine einzige Möglichkeit, auch nur um Ansatz konstant zu gewinnen. Es gibt aber eine Idee, die das Ganze möglich machen kann. Und zwar kann man hier Forstelka mitnehmen, Rockslide spammen und beten, dass Skrawums von Briggs hier nicht durch Focus Blast von Galar Arctos zerstört wird. Und wenn das passiert und tatsächlich Galar Arctos ein paar Mal missen sollte, kann man am perfekten Punkt eine Explosion anbringen, zwei Pokémon extrem vorbelasten, damit Rockslides nachsetzen und einfach eine Masse an Kills setzen, die den ganzen Fyltier möglich machen. Weil das Ganze hier ist ein reines Ressourcenmanagement. Wenn man nur mit drei Pokémon selber antreten kann und die bestenfalls mittelmäßig sind, weil es sind hier alles nur Käfer. Und Briggs sofort einen Mond verliert, muss man einfach aufholen. Wenn man die Explosion nicht hat, ist es nicht denkbar. Das heißt, das hier ist der einzige Weg, den ich finden konnte, um diesen Fight abzuschließen. Ich habe eine Ewigkeit rumprobiert, was man überhaupt mitnehmen kann, um den Kampf möglich zu machen. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich Forstelka nicht gehabt hätte, hätte ich meinen Doppelkampf hier aufgegeben. Ich hätte den Run in den Nagel gehangen, weil ich glaube, es gibt praktisch keine andere denkbare Möglichkeit, hier Fuß zu fassen. Und die anderen Pokémon, die ich mitgenommen habe, sind halt Skullipies, das war hier nicht übel und Araquanid. Ihr wisst ja, sehr guter Tank macht auch hier wieder ein prima Job. Doch selbst wenn man hier einen Versuch haben sollte, wo das alles gut geht, wo man tatsächlich Explosionen und Rockslides und so weiter rausbekommt und Kabums von Focus Blast nicht zerstört wird, wird man immer noch praktisch immer zerschellen, weil Briggs permanent Mistplate oder die Gegner einfach viel zu gute Plays machen. Denn natürlich können die eigenen Käfer, die man noch mitgebracht hat, außer Forstelka, jetzt nicht so viel machen. Die werden ein bisschen unterstützen können, es ist aber mega wichtig, dass er Briggs mit Mega Gewalt drohe, ja, einiges an Arbeit verrichtet. Mega Gewalt ist das beste Pokémon, was ich hier zur Verfügung habe, ich darf es aber selbst nicht steuern. Ihr könnt euch vorstellen, wie frustrierend dieser Doppelkampf hier war. Das ist nicht vergleichbar mit Kai oder so, was wir schon hatten, wo ich ewig gehangen habe oder ein paar andere Boss Battles. Das hier war bisher mit Abstand, mit gigantischem Abstand, der schwierigste Difficulty Spike im gesamten Run. Und es ist nicht der letzte Doppelkampf. Wir müssen auch später noch mit Siegfried zusammen gegen Giovanni kämpfen, aber dazu später mehr, falls wir überhaupt so weit kommen sollten. Und ihr seht, selbst bei meinem letzten Versuch hier, wo eigentlich alles das lief. Es ist mein letztes Pokémon fast noch gestorben. Es war sehr, sehr knapp. Und danach war es das halt immer noch nicht mit dem Silvko-Gebäude, weil jetzt kommt Giovanni. Und ich weiß gar nicht, wie ich diesen Kampf hier in Worte fassen soll, weil der war reines Chaos. Ihr müsst wissen, Giovanni versucht mir praktisch all seine Pokémon zu setuppen, um zu Gott zu werden. Und wenn er auch nur ein Setup schaffen sollte, ist er unbesiegbar, weil dann alles von mir immer One-Shot ist und gerne mal immer outspeedet wird, selbst wenn ich noch so sehr Ninjas oder so zünde, dann geht gar nichts mehr. Ich muss also irgendwie all diese Pokémon gleichzeitig stoppen. Der Anfang war noch ziemlich simpel und zwar habe ich hier Mammutel flinchen lassen über Famicula, damit es keine Tarnsteine rauslegen kann. Generell eine Sache, die man häufiger machen kann, Famicula ist nämlich ziemlich schnell und Ironhead Flinches können ganze Kämpfe retten. Mega wichtiges Play hier auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich vermutlich überhaupt nicht gewinnen können. Und dann ging es weiter mit Dracofish. Dracofish ist noch kein Setupper hier, es spammt aber Fishes Rant, weil das Ding braucht kein Setup. Wer Dracofish im Competitive von Gen 8 Mal bekämpft hat, der weiß, das Pokémon ist absolut broken und es wird glaube ich sogar dort verboten. Fishes Rant kann praktisch alles in Grund und Boden stampfen, weil die Attacke komplett unbalanced ist und sogar doppelten Schaden macht, denn das Pokémon schneller sein sollte. Ich konnte das Teil aber in Schach halten über Araquanid und mal wieder die Käferattacke, die der Gegner schwächen kann. Und somit habe ich dann nach einigen Runden den Kampf gegen Dracofish abschließen können. Und das war mega krass wichtig, denn ihr wisst, das Ganze hier ist Giovanni. Natürlich hat er wieder sein Garados dabei. Und natürlich ist jetzt mein Araquanid wieder fast tot, also in Killrange und Garados denkt sich so, ja, eigentlich kann ich hier Setupen. Ich kann also wieder die Käferattacke spammen, um das Ding einfach zu cheesen, genauso wie in der Spielhalle. Diese Lektion war ziemlich wichtig für mich, weil ansonsten hätte ich diesen Fight hier gar nicht richtig angehen können, aber es würde in dem Fall, also im Silfko-Gebäude, nochmal wesentlich komplexer, als einfach nur ein Garados zu Ort stallen mit einer Taktik, die ziemlich dämlich aussieht. Denn insgesamt hängt hier einfach noch so viel mehr dran. Garados bekommt jede Runde Sandsturm-Schaden, weil Sandsturm ist hier die ganze Zeit am Start. Man muss also gleichzeitig aufpassen, wann er seine Z-Attacke zünden wird und muss Garados halt komplett ausdollen mit Araquanit, indem man beispielsweise noch Burma-Dame-Stahl-Umhang reinwirft. Das kann ein sinnvolles Play sein, kann man zumindest ausprobieren. Ja, aber selbst wenn dann irgendwann Garados besiegt sein sollte, geht es halt einfach weiter mit Mega-Knack-Knack und das Ding hat halt wirklich Schwertanz. Ich konnte das aber wallen über Bundle-Bean, mein Käfer-Pokémon mit halt sehr, sehr gut erinnert. Mega-Knack-Knack ist ja bekannt dafür, nicht ultra schnell zu sein. Danach kommt dann aber Stahlobor rein, ebenfalls mit Schwertanz. Und das Ding ist so sehr schwer zu besiegen, weil es halt auch noch ultra schnell ist. Ich konnte es aber paralysieren beim Switch-In und dann halt so ein bisschen Outplayen über Bulldoze-Spam von halt einfach meinem Skulli-Pete. Weil so wurde das Stahlobor hier immer langsamer und damit Outbarn. Nachdem aber Stahlobor eigentlich gebrochen war, würde dann Giovanni irgendwann random Regirock einwechseln, was mit Curse setupen möchte. Und Curse auf Regirock kann richtig unfair werden. Dann ist das Ding physisch unbesiegbar an einem gewissen Punkt. Ja, und leider auch extrem stark. Es wird dann praktisch alles One-Shotten können. Ich konnte das Ding aber hier so ein bisschen festsetzen über Ninjas, weil es dachte, okay, ich kann ja jederzeit den Kill setzen. So ein bisschen die Situation wie eben mit dem Garados und Araquanid. Und so habe ich hier den Kampf dann mehr oder weniger weird abschließen können. Ein reines Chaos, wo ich mehrere Setupper gleichzeitig outplayen und stoppen musste. Und ich habe natürlich für eine ganze Weile lang rumtesten müssen, um diese Lösung hier überhaupt zu finden. Und selbst diese Lösung hier ist natürlich bei weitem nicht konstant. Und da habe ich erwähnt, dass hier Regirock selbstverständlich auch Leftovers trägt, um sich halt die ganze Zeit voll zu healen. Das ist auch eine Sache. Ich konnte aber dann hinten raus noch die Kills machen über Bumblebee um die restlichen Pokémon von Giovanni abzufrühstücken. Und damit hatte ich dann endlich, nach mehreren Tagen der Arbeit, das Silvko-Gebäude abgeschlossen. Eigentlich nur drei Bosskämpfe, aber es war so viel schwieriger, als man jemals erwarten würde. Bereits im Normal-Mode von Radical Red, also ohne Käfer, im leichten Modus, ist das Silvko-Gebäude eine Herausforderung. Aber mit Käfern im Insane-Mode ist es ein ganz anderes Level. Wir kommen jetzt aber auch so ein bisschen zu dem Punkt, wo man anfangen sollte, einfach Items zu jonglieren. Was meine ich damit? Ganz einfach, man bekommt jetzt relativ viele Competitive-Items dazu, innerhalb der nächsten paar Bosskämpfe werden wir immer mehr davon freischalten und so ein Fokus-Hash zum Beispiel kann im richtigen Moment einen ganzen Kampf retten. Man sollte jetzt also nicht immer weiterhin nur Citro-Beeren auf seine Pokémon spammen, man muss jetzt ein bisschen mehr überlegen und es wird später nur immer komplexer werden. Ja, und was jetzt auch noch kommt in derselben Stadt wie das Silvko-Gebäude ist natürlich der Kampf gegen Sabrina. Eine Doppelkampf- Arena im permanenten Bizarro-Raum Kampf, den man als Spieler nicht entfernen kann. Und ich sage schon mal eine Sache sofort dazu. Wenn man hier stumpf reinrennt mit seinem Standard-Team oder irgendwie mit seinen besten Pokémon, die man so hat, wird man immer verlieren. Der Kampf ist praktisch ungewinnbar und komplett unfair. Wenn man sich aber auf die Regeln der Arena einlässt und Bewusstheit die langsamsten Pokémon spielt, die gleichzeitig auch spielstark sind, sieht das Ganze vollkommen anders aus. Das ist in meinen Augen immer eine sehr coole Challenge, wenn man hier mal komplett anders spielen muss. Man verwendet Pokémon, die man normalerweise niemals austesten würde, zumindest stellenweise. Und man kann hier auch stellenweise durch NPCs die Werte so manipulieren von den eigenen Pokémon, dass die Init möglichst gering ist, also beispielsweise die Init-Gene und so weiter. Und ja, mein finaler Kampf hat hier ungefähr so ausgesehen. Ich bin hier reingegangen mit Araquanit, vor Staker, Kavalanzas, Honvaisel, Donarion und Burmadame Stahl, also sehr, sehr langsame Pokémon und jetzt ist hier eine Sache extrem elementar. Das Mega Kamerubt von Sabrina muss sofort sterben, weil wenn das Ding mit mächtigen Feuerattacken rumspammt, ist fast alles von mir tot und ihr seht schon, ich bin hier unter anderem mit drei Käfer Stahlmonts reingegangen. Dass da Feuer bedenklich werden kann, ist vermutlich eben klar. Man sollte hier also am besten Mega Kamerubt so schnell wie möglich loswerden und dann wenn es geht irgendwie das gegnerische Tapu zur Explosion zwingen. Und wenn das passiert, macht man hier Massenkills und kann gleichzeitig halt seine ersten beiden Mons wegschmeißen und dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Und das, obwohl Sabrina's Team hier eigentlich sehr krass aufgestellt ist. Ich meine, sie hat dann auch noch Magianer, was hier gesprengt wurde, sowie halt Glastrier, Melmetal und auch ein Apoqualyb, was relativ tanky ist. Man muss dagegen erstmal Outs finden. Aber am Ende des Tages war dieses Team, was ich aufgestellt habe, mit möglichst wenig Init unglaublich effektiv und gerade die Käfer-Stahl-Pokémon haben mich mal wieder extrem unterstützt, weil die einfach keine Schwäche haben außer Feuer und Kamerub konnte ich ja ganz gut outen. Der Kampf gegen Sabrina war mit diesem Team hier zwar nicht First Try, aber Second Try oder so. Ich habe nicht lange hier gehangen. Aber wie gesagt, wenn ich hier stumpf reingerannt wäre mit meinen Standard-Pokémon wie Inferno-Pot oder so, hätte ich keine Chance gesehen. Und ich glaube, dass der Kampf dann auch praktisch undenkbar ist. Deswegen lasse ich auf die Arena immer ein, wenn ihr Radical Red spielt und spielt mit Sabrinas Regeln, weil sich dagegen zu sträuben bringt nichts. Ihr könnt dagegen sowieso nichts machen. Der bizarre Raum wird niemals weggehen und mit schnellen Pokémon werdet ihr hier komplett zerstört, weil ihr halt einfach gar nichts mehr ausbietet. Und Prioritätsattacken helfen ihr auch nicht. Das heißt, man muss sich hier wirklich reinfuchsen, aber wenn man das dann mal gemacht hat, kann man diesen Orden eigentlich ganz okay mitnehmen und hat dann schon mal 5 Arenen geschafft. Das ist schon eine Leistung bei Radical Red und schon ein großer Teil des Runs, der nun abgeschlossen ist. Aber da kommt auch noch einiges. Und auf was ich mich jetzt mit am meisten gefreut habe, war der Kampf gegen Briggs in Fuxania City, weil ich wollte endlich Rache für seine schlechten Plays im Silvko-Gebäude. Ihr wollt nicht wissen, wie viele gute Trights verloren gegangen sind, weil Briggs nur Schrott gemacht hat. Und jetzt konnte ich ihm das endlich heimzahlen, er hat aber hier auch mal wieder ein sehr starkes Team dabei. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Gengar und das Ding wollte ich eigentlich One-Shotten über Crunch, aber das hat leider ein Fokus-Hash wie halt viele Lead-Pokémon bei Radical Red, damit man nicht zu einfach einen Über-Lead haben kann, der sofort einen Kill macht. Ich musste aber Famicula hier ein bisschen schonen, weil ich wusste, dass ich das später bei einem anderen Pokémon auch brauchen werde. Ich habe also den Kill gegen Gengar dann mit Araquanid gesetzt, weil das Pokémon hier jetzt nicht so wichtig ist für den Fight gegen Briggs. Das heißt, der erste Kill hier war ganz okay, der hat aber durchaus einige Ressourcen gefordert. Danach ging es aber dann weiter mit Magiana. Ja, schon wieder Magiana. Einfach Stahl-Fee, die beste Typen-Kombination aller Zeiten. Ich kann das Ding aber wollen über Inferno-Port, weil das Ding resistiert Stahl-Fee, umgreift mit Firelash hier sehr effektiv an. Und es kann ja auch gerne mal passieren, dass Magiana einfach Shift-Gear oder so macht, was mir relativ wurscht ist. Also das ist eigentlich ziemlich gut für mich. Das heißt, der Kill gegen dieses Legi, der ist gar nicht mal so schwierig und das ist ein guter Start in den Fight. Wo es aber dann wieder bedenklich wird, ist bei Ushivu. Ushivu, eins der besten Pokémon der achten Generation, was immer crittet und alles one-shottet. Ich habe es aber ganz gut outen können über Bundle-Bee, was die Ushivu outspeedet und von daher macht halt Ushivu noch Aquajet, was mir vollkommen egal ist. Ich kann also das Ding one-shotten und wenn dann Nihilego reinkommt, also eine weitere Ultra-Bestie, kann ich einfach so rüber wechseln in Famicula, was ich mir aufgespart hatte. Damit bin ich immun gegen Gift-Attacken und kann sehr effektiv angreifen über Iron Head, um Nihilego perfekt zu outen und in diesem Fall hier habe ich es auch weggecritet. Ich musste nicht beispielsweise auf den Flinch hoffen. Ja und dann ging es weiter mit Deoxys, also noch ein legendäres Pokémon. Die werden jetzt an dem Punkt sehr, sehr krass gespandt und das Ding habe ich besiegen können, ganz, ganz knapp mit einem Honweisel und weil ich hier aus irgendeinem Grund die ganze Zeit eingefroren wurde, habe ich sogar dann später eiskalt eine Anti-Eis-Bäre getragen. Und das Mega-Gewaltroh habe ich dann besiegen können, überall ich Bundle-Bee und ja, mein Bumadame mit Sucker Punch. Auch hier ist wieder die Prioritäts-Attacke ziemlich gut gewesen. Riggs hat ja schon wirklich sehr viele Legis gespammt, aber das war eigentlich wieder ein relativ machbarer Fight. Irgendwie ist es so bei den Rivalen, ich habe da nie so riesige Probleme bei Radical Red, weil es einfach andere Difficulty-Spikes gibt, die mir im Kopf bleiben. Bevor man jetzt aber einfach so zu Kurga gehen kann, muss man auch noch Rematches machen gegen Rocco, Misty, Major Bob und Erika und ich würde sagen, die behandeln wir dann im zweiten Part, weil das heutige Video geht jetzt schon über eine Stunde und wir sind gerade ungefähr bei der Hälfte. Es war ein sehr krasser Run, der mich wirklich wochenlang begleitet hat und eure Meinung dazu könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben und der zweite Part kommt dann in wenigen Tagen. Ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr mir auch mal live zuschauen wollt bei solchen Runs hier, könnt ihr sehr gerne auf Twitch vorbeischauen, das würde mich sehr freuen und da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal und weitere solche Runs hier, auch bei Radical Red, könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren vorschlagen und ich hoffe, ihr seid nicht so traurig, dass ihr jetzt ein paar Tage warten müsst, aber ansonsten wäre das Video vermutlich zweieinhalb Stunden lang und das wäre halt schon ein bisschen übertrieben für halt ein einzelnes Video. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender, ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen ein riesiges Dankeschön an euch und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard, links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos, das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge in dieses Formates, deswegen schaut da mal rein, bis bald, tschüss!